Eigentlich starte ich meistens erst nachdem er gestartet hat, aber der Dab ist einfach zu krass. Groovy boy, du bist wirklich groovy. Bowser, slide into your DMs, oh yeah. WTF? Lässt du zurück? Ist das ein Glitch? Anscheinend ist das ein Glitch. Wahrscheinlich wenn er es probiert zu springen, dann bleibt er einfach zuhause. Super. Ach, einer ist logisch. Nein, nicht der. Ah, die Blumen. Okay. Ich würde kein Herz geben, weil... ...und schl...linge jetzt. Der ist nicht mal so gut. Aber der Glitch ist lustig. ...und schlussig. ... 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 Das soll ein eigenes darstellen. Sind das Schrooves oder Schrooves oder wie haben sie es genannt? Dümmer könntest du echt nicht platziert sein. Es, 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 wahrscheinlich muss man dort inzwischen landen. Ja genau das, was ich wollte. Ja natürlich genau das, was ich wollte. Ich bin so schwäle. Ich bin so schwäle. Spring doch! Nein, ist ja nicht so, als ob ich einen Pilz behalten würde. Oh hey, ich habe es geschafft weiter zu kommen. Oh hey, du hast meine Lunge geklaut. Ich bin so schwäle. Ich bin so schwäle. Ich bin so schwäle. Wllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! Woat? Oh, look at dir Yo, yay, in Felt Oh, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Wow. Oh, yeah. Oh, ja, stimmt. Oh, ja. Oh, ja. Ich gehe auch irgendwie hoch. Okay, ich gebe zu. Dass ich mich da ohne Bild dort... Ah, mhm, die Eingänge zu fühlen. Hey. Oh, nein. Als ob ich den Bild zu halten wollte. Oh, nein. Also wenn ich den Bild zu halten will... ... ... ... Ich bin schon wieder ohne Pilz durch den Säckchen, hei... Es kommt mir dezent überladen vor. Die Idee ist, allen für sich ja gut, aber es kommt mir mehr als dezent überladen vor. Ich muss euch gerade korrigieren. Zumindest die Bulletpills. Hätte es von mir aus lassen können. Oh, nein! Hui! Nein! Oh Gott! Ich habe schon gemeint, es sei vorbei. Wow! Ich finde es geil, wenn die mit mehr Sachen interroguieren würden. Wie heisst jetzt? Bamseidio! Uiuiuiuiui! Das wirkt ein wenig random. Aber nicht schlecht random. Nein, einfach weiter, komm! Oh nein, das geht ja ran. Wauw! Wie ist das denn so lange, Brü? Ein Goomba trillst du re! Nein, nein, ich liebe die Animation. Und der Blooper ebenso. So schön. Also, wo bist du, Mr. Fettfett? Ich bin ja. Hui, hahahaha. Zehn Minuten. Bis jetzt. Zehn Gottverdammte Minuten. Ach. Gesehen, das bin erst mal mit dem Level. Ich bin zwungen, einen Stern zu bekommen. Also. Bis. Und ein schöner. Ciao. Ciao.